Hallo Spiele-Fans, ich heiße euch herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Heute erkläre ich euch die Holde Isolde. Eure Aufgabe ist es als edler Ritter, die Gunst der Holdenprinzessin Isolde zu erlangen. Dazu werdet ihr euch zum Beispiel beim Turnierkampf, beim Lanzenstechen, bei der Suche nach dem Heiligen Gral oder einfach beim Erlangen von Wissen in der Bibliothek unter Beweis stellen müssen, um so eurem Ritterstand alle Ehre zu erweisen und Punkte zu sammeln. Wie immer fangen wir aber zunächst mit dem Spielaufbau an. Legt alle Spieltapelloos so aus, wie ihr es hier bei mir seht. Jedes Tableau hat zwei Spielseiten. Eine Seite mit Rahmen und eine Seite ohne Rahmen. Achtet darauf, dass ihr zunächst nur die Spielseiten ohne Rahmen nutzt. Und dieses Tableau, Magie, benötigt ihr zunächst auch nicht, also könnt ihr es wieder zurück in die Schachtel legen. Dann sucht sich jeder Spieler eine Spielfarbe aus und bekommt alle zehn Spielsteine in dieser Farbe. Von diesen Steinen setzt dann jeder Spieler jeweils einen Spielstein auf die Startfelder der einzelnen Tableaus. Die restlichen Spielsteine legt ihr einfach vor euch ab. Aus den Spielkarten sortiert ihr zunächst diese drei Karten aus, denn diese Karten benötigt ihr für das normale Spiel nicht. Die restlichen Karten mischt ihr gut durch und legt sie als verdeckten Nachziehstapel am Rande der Spielfläche bereit. Außerdem legt ihr auch noch diese unterschiedlichen Punktemarker und die Pergamentrolle bereit. Diese Pergamentrolle ist euer Rundenanzeiger und mit dieser kleinen Sanduhr zeigt ihr auf ihr immer an, in welcher Runde ihr euch aktuell befindet. Am Anfang legt ihr die Sanduhr natürlich auf das Feld 1 und diese kleinen Schriftrollen und Pokale benötigt ihr auch noch nicht im normalen Spiel, also könnt ihr diese auch noch wegräumen. Dann bekommt der galanteste Spieler das Schwert Excalibur und wird damit Startspieler. Gespielt werden sechs Runden, in denen ihr versucht, so viele Punkte, also so viel Ehre wie möglich anzusammeln. Am Anfang einer Runde erhält jeder Spieler fünf Handkarten. Von diesen fünf Karten wählt sich jeder Spieler eine Karte aus, die er behält und die restlichen vier Karten gibt er weiter an den nächsten Spieler. Je nachdem, in welcher Runde ihr euch dabei befindet, gebt ihr die Karten entweder im Uhrzeigersinn oder entgegengesetzt des Uhrzeigersinns weiter. Und von den vier Karten, die ihr jetzt von eurem Nachtmann bekommt, wählt sich jeder Spieler dann wieder eine Karte aus, die er behalten möchte und die restlichen drei gibt er weiter und so weiter und so weiter. Sobald alle Spieler dann wieder fünf Handkarten besitzen, beginnt der Startspieler, also der aktuelle Träger von Excalibur und spielt eine Karte aus. Dann sind alle anderen Spieler reihum am Zug und spielen selbst eine Karte aus. Wenn ihr eine Karte ausspielt, dann setzt ihr euren Marker auf dem entsprechenden Tableau so viele Felder vor, wie die Zahl auf eure Karte zeigt. Schauen wir uns das mal an ein paar Beispielen an. Ich spiele jetzt diese Karte aus, also darf ich meinen Marker bei der Gralsuche um vier Felder nach vorn bewegen. Dann spielt der nächste Spieler eine Karte und setzt jetzt zum Beispiel seinen Marker auf dem Tableau der Holten Isolde drei Felder voran. Karten, die ihr so ausspielt, räumt ihr am besten gleich immer auf den Ablagerstapel. Dann ist Spieler Nummer drei an der Reihe, spielt eine Karte und auch er setzt jetzt seinen Marker auf dem Tableau von der Holten Isolde voran. Immer wenn ihr dabei auf einem Feld landet, wo bereits andere Marker stehen, setzt ihr euren Marker oben auf. Dieser Marker ist dann in diesem Tableau weiter vorn als die Marker darunter. Dann bin ich wieder an der Reihe und spiele jetzt diese Karte und setze meinen Marker entsprechend die Felder auf dem Tableau nach vorn. Und dies geht so lange so weiter, bis alle Spieler vier Karten ausgespielt haben. Die fünfte und letzte Karte legt ihr dann immer ungespielt auf den Ablagerstapel. Wie ihr seht, gibt es für das Schwertsymbol zwei Tableaus, nämlich Lanzenstechen und Turnierkampf. Wenn ihr eine Karte mit diesem Schwertsymbol ausspielt, dürft ihr immer entscheiden, auf welchem Tableau ihr euren Marker dann entsprechend voranzieht. Und wenn ihr mit eurem Spielstein sogar bereits eine komplette Runde auf einem Tableau absolviert habt, dann setzt ihr einen eurer übrigen Steine oben auf den Spielstein drauf und ab jetzt bewegt ihr diese beiden Steine immer gemeinsam. Tja, und wenn dann alle Spieler vier Karten gespielt haben, werden einzelne Tableaus gewertet. Welches Tableau in welcher Runde gewertet wird, das könnt ihr immer sehr schön auf dem Tableau selbst sehen. Denn hier oben links in der Ecke seht ihr, dass das Lanzenstechen zum Beispiel in jeder Runde gewertet wird. Und wenn ihr so ein Tableau wertet, dann seht ihr rechts in der Ecke des Tableaus, was der Erstplatzierte, der Zweitplatzierte und wenn ihr mit vier oder mehr Spielern spielt, sogar was der Drittplatzierte als Belohnung bekommt. Aber Achtung! Bei so einer Wertung wird immer als erstes das Tableau der Holten Isolde ausgewertet. Denn hier gibt es eine ganz besondere Belohnung. Der Drittplatzierte darf nämlich seinen Marker auf einem anderen Tableau noch um ein Feld voran bewegen. Aber auch das wieder nur, wenn ihr mit vier oder mehr Spielern spielt. Dann darf der Zweitplatzierte einen seiner Marker zwei Felder auf einem anderen Tableau voran bewegen. Und der Erstplatzierte darf dann als letzter hier drei Felder auf einem anderen Tableau voran bewegen. Achtet dabei auch auf diese Reihenfolge. Dafür habt ihr extra diesen Pfeil hier. Gehen wir doch mal das aktuelle Beispiel hier durch und werten die Tableaus aus. Wir starten mit dem Tableau der Holten Isolde. Der rote Spieler steht immer noch auf dem Startfeld. Und da könnt ihr euch gleich merken, wenn ein Spielstein noch auf dem Startfeld steht, dann ist er automatisch letzter auf diesem Tableau. Dann ist Spieler Blau der Zweite, darf also zwei Felder auf einem anderen Tableau voranziehen. Und das macht er hier beim Lanzenstechen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und Spieler Grün liegt oben auf, also ist er führender hier auf dem Tableau und darf auf einem Tableau drei Felder vorangehen. Und das macht er hier. Dann werdet ihr die anderen Tableaus aus. Spieler Grün hat jetzt hier gewonnen, also bekommt er drei Siegpunkte. Die anderen Spieler sind letzter. Spieler Blau bekommt hier auch drei Siegpunkte, da er da gewonnen hat. Die anderen Spieler sind immer noch auf dem Startfeld. Dann schauen wir mal, welche Tableaus noch gewertet werden. Auch dieses Tableau wird in der ersten Runde gewertet. Und da ist Spieler Rot führender. Ihm passiert also nichts, aber allen anderen, die bis hin zum Letzten, verlieren leider Punkte. Das heißt, Grün und Blau bekommen jeweils drei Minuspunkte. Und die anderen Tableaus werden erst in Runde sechs oder in Runde drei gewertet. Die Marker werden dabei nach so einer Wertung nicht zurückgesetzt, sondern bleiben an der Position, wo sie sind. Nach der dritten Spielrunde, also nach der dritten Wertung, werden allerdings die meisten Marker zurück auf das Startfeld auf dem jeweiligen Tableau gesetzt. Und damit ihr ganz leicht erkennen könnt, welche Tableaus das betrifft, findet ihr oben links in der Ecke auf den jeweiligen Tableaus eine Erinnerung dafür. Lediglich bei den Tableaus der Gralsuche und beim Bettler setzt ihr die Marker nicht zurück. Hier lohnt es sich also langfristig zu planen, denn am Ende geht es hier um richtig viele Punkte oder auch Minuspunkte. Tja, und wenn ihr die Wertungen der Tableaus abgeschlossen habt, endet eine Runde und ihr übergebt Excalibur an den nächsten Spieler im Uhrzeigersinn. Dann wird der Sanduhrmarker ein Feld weiter bewegt und eine neue Runde beginnt. Und so spielt ihr Runde um Runde und werdet Gunst gewinnen, aber eben auch mal Gunst verlieren. Und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt das Spiel. Wie ihr am Anfang bereits mitbekommen habt, bietet euch die Holde Isolde aber noch einiges an Abwechslung mehr. Denn zum einen habt ihr dieses extra Tableau, aber zum anderen ist eben auch jedes Tableau doppelseitig bedruckt. Und deshalb gibt es für euch auch ein extra Heft mit unterschiedlichen Spielvarianten. Und mit diesen vielen Varianten könnt ihr immer wieder neue Kombinationen spielen. Die Holde Isolde, ein Spiel für zwei bis fünf edle Ritter ab acht Jahren mit spannendem Kartenaustauschmechanismus, einfachen Regeln und schönen Variationsmöglichkeiten. Also, mögen die Ritterspiele beginnen und die Gunst der Prinzessin mit euch sein. Bis bald, viel Spaß beim Spielen, euer Björn. Bis bald, viel Spaß beim Spielen. Bis bald, viel Spaß beim Spielen. Bis bald, viel Spaß beim Spielen.